Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin und ich bin heute im Faultier-Modus. Ich sah diese Mütze und dachte mir so, oh, die hast du mal geschenkt gekriegt, geschickt gekriegt, zusammen, nicht zusammen. Also erst war das Faultier da und dann kam die Faultier-Mütze und ich dachte mir, komm, die setzt heute mal auf. Du bist voll in diesem Modus drin, es ist Wochenende, ich werde heute nicht viel machen. Ich werde heute frühstücken und dann werde ich den halben Tag, na nicht den halben Tag, das hält mir sonst wieder jemand vor und sagt, du hast den halben Tag gesagt, halber Tag sind zwölf Stunden. Sechs Stunden werde ich heute Horizon Zero Dawn spielen und ich muss mich mal von diesem Fell hier befreien und heute Abend muss ich, glaube ich, nochmal ein bisschen weit einkaufen gehen, aber vor dem Stream wird mir das viel zu stressig. Und von daher werde ich jetzt gleich ins Bad gehen und, glaube ich, ein Bad nehmen, ist eine Badewanne füllen mit Wasser oder duschen? Mal kicken. Dann, wie gesagt, ein bisschen frühstücken und um zwölf geht es dann los mit Horizon Zero Dawn. Wir haben noch zwei von diesen Brutstätten offen und dann können wir uns eigentlich so langsam mal ins Endgame begeben, also in die letzten Missionen. Ich könnte natürlich auch alles noch sammeln, alle Tassen, alle Dings, also alle Banuk-Figuren und so weiter. Vielleicht machen wir das auch. Wieso ist denn der Fuchs gerade umgefallen? Bin ich zu sehr an den Tisch gekommen wahrscheinlich? Ja, und dann schauen wir mal. Der Abend gestern im Brauhaus. Was ist denn das hier? Ach, das Waschhinweisschild. Der Abend gestern im Brauhaus war sehr angenehm, war ein bisschen laut, aber wie soll man sagen? War schön, die Leute mal wieder zu sehen. Ich habe sogar neun Kollegen von der Grafikabteilung von Freaks4U kennengelernt. Und wir haben getrunken und gegessen und irgendwann so gegen 21.30 Uhr oder so sind wir da wieder raus. Und dementsprechend spät war ich zu Hause, habe aber gestern noch das wunderschöne Life is Strange Folge 3 zu Ende gespielt. War in einer Stunde und 15 Minuten, glaube ich, durch. Habe mich dann noch eine Dreiviertelstunde verquatscht, aber das ist, glaube ich, okay gewesen. Und dann sind so langsam alle ins Bett gegangen und ich auch und irgendwann gegen zwei habe ich, glaube ich, geschlafen. Ja, und jetzt gehe ich mir halt ab, bitte. Und nicht mit, also Hand vor den Mund beim Gehen. Ja. Und dann gucken wir, was der Tag heute sonst noch so bringt. Der Max will ja scheinbar heute ein bisschen Fortnite spielen. Dann werden wir heute Abend noch ein bisschen Fortnite spielen und dann vielleicht ein bisschen Elite. Oder, ich weiß es nicht, vielleicht gehe ich ja spontan mit Benni ins Kino und gucke einen Film. Oder, ja, oder, oder, oder. Wir schauen mal. Mann, ey, dieses Schild hier. Ich schneide das, glaube ich, ab. Das stört. Ich wünsche euch jetzt was, ne? Habt einen schönen Samstag. Habt einen schönen, habe ich eigentlich schon gesagt, welcher der heute ist. Heute ist Samstag, der 11.05.2019 um 10.25 Uhr mittlerweile. Ich habe nur gesagt, guten Morgen aus Berlin, oder? Ich glaube, ja. Ich bin noch etwas verwirrt. Äh, ja. Und dann würde ich sagen, wenn ihr mögt, vielleicht bis in anderthalb Stunden auf Twitch mit dem wunderschönen Spiel Horizon Zero Dawn. Und ansonsten bis morgen beim nächsten täglichen Vlog. Ja. Und vielen lieben Dank nochmal für diese witzige Mütze. Das hier sieht aus wie so ein winziger kleiner Hahn in Kamm hier oben. Seht ihr das? Ich weiß gar nicht. Irgendwie schon, ne? Und, äh, ja. Wie gesagt, dann bis gleich. Oder bis später. Oder bis demnächst. Habt ein wunderschönes Wochenende. Und, äh, Grüße gehen raus an Spero und Muschel beim Frühstück. Sie haben schon Fotos geschickt. Spero war, glaube ich, schon laufen. Und Grüße gehen auch raus an den, äh, Jakuki, der schon ein Eis gegessen hat, bevor ich überhaupt wach war. Musst ihr euch mal vorstellen. Ich weiß gar nicht, wann er heute wieder aufgestanden ist. Bestimmt voll früh. Dabei ist er ja zehn Jahre jünger als ich. Noch mehr als zehn Jahre jünger als ich. Und steht früher auf als ich. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, senile Bettflucht fängt erst, äh, mit 40 an. Und nicht mit Ende 20. Naja. Gut. Ich werde jetzt gleich mal, äh, WhatsApp durchlesen, was hier schon wieder abgeht. Die Quersumme aller Anno-Teile ist neun. Warum auch immer das so ist, ich weiß es nicht. Vielleicht kann mich da jemand mal aufklären. Oder ich benutze gleich mal Google. Und gucke mal nach, woran das liegt. Gut. Also. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.